Nimmst du zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Felgelein nirgendwo finden. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht, aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Ich will Felgelein sehen, zur Fahrt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Felgelein! 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 Felgelein!